So und jetzt kommen wir bitte nochmal zur Mühle. Die hatten wir ja schon mal im Unterricht gestartet. Der Schleier, der Schleier, ihr kennt die Geschichte, bleibt locker, nicht hierher ziehen, sondern schön locker, alle schön hoch. Und wir ziehen mit dem linken Arm die Kraft rein, dass der Schleier fliegen kann und der rechte, den braucht ihr nur, um den Schleier um euch herum zu wickeln. Letztendlich ist es so, wenn ihr jetzt überlegt, ohne großartige Technik, ihr nehmt den Schleier nach vorne und ihr nehmt den Schleier nach hinten. Ihr nehmt ihn nach vorne und ihr nehmt ihn nach hinten. Hierbei aber die Techniken beachten, ihr habt hoch und zwar nicht hier, sondern wirklich hinten hoch und zur Seite. Achtet drauf, Brustkorb ist oben und Haltung ist besonders gut mit dem Schleier. Und ihr nehmt jetzt den Schleier nach vorne, hier kommt er unten drunter und nach vorne. Unten drunter, nach vorne, unten drunter, nach vorne, unten drunter, nach vorne, nach vorne. Nach vorne, unten drunter, nach vorne und unten drunter, nach vorne und unten drunter, nach vorne. Ganz langsam. Dramatikour. 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 Dramatikour.